Und dann dachte ich nur, was ist denn hier los? Was ist denn das für eine Informationspolitik? Wie werden wir Bürger eigentlich ernst genommen? Also Information völlig aus dem Kontext, ohne Vergleichsgröße, das passiert ja heute noch. Wir rechnen mit Inzidenzien, wo wir nicht wissen, wo kommen die her, was wird denn da gemessen, was misst ein Test?